besucht. Aber wie gesagt, wir sehen in der Offenbarungsgeschichte einen Prozess, weil die Menschen auf die Wahrheit vorbereitet werden mussten. Okay, trotzdem, die Vorstellung der Dreifaltigkeit, da sträubt sich etwas in mir. Das kann ich ja sehen, aber ich kann dir nur eines empfehlen. Denke nicht an drei, ohne an die Einheit zu denken. Denke nicht an die Einheit, ohne an die Dreiheit zu denken. Das klingt paradox und schwer, und das ist es auch. Aber vergiss nicht, für unseren Verstand bleibt Gott so oder so unfassbar. Doch eines, etwas Wichtiges, verstehen wir erst, wenn wir Gott als Dreifaltigkeit erkennen. Nämlich, dass Gott die Liebe ist. Das verstehe ich nicht. Auch wir Muslime sehen in Allah Liebe. Unter den Namen, mit denen wir Allah anrufen, befindet sich auch Al-Wadud, der Liebende. Ich weiß, und ich persönlich finde das Gebet der 99 Namen Gottes eine der schönsten Übungen, die ich im Islam kennengelernt habe. Wir Christen haben etwas Ähnliches in den Litaneien, die wir beten. Aber gehe einmal die Liste der 99 Namen durch. Was betonen fast alle? Die Erhabenheit Allahs, seine Überlegenheit, seine Größe und letztlich seine Unzugänglichkeit. Sogar Al-Wali, Freund oder Al-Wadud, der Liebende, erscheinen im Kontext der Suren, wo sie vorkommen, eher wie Beschützer oder der Zärtliche. Ich finde beide sehr schöne Titel für Allah, aber es trifft mich trotzdem immer wieder, wie unterschiedlich das Verständnis von Gott zwischen Christen und Muslimen ist. Muslime betonen die Größe Allahs, dem man sich unterwerfen muss, wie ein Diener seinem Meister, wie ein Sklave seinem Herrn. Christen wissen um die Wichtigkeit, sich Gott ganz hinzugeben, aber ihr Bild ist das seines Kindes, das auf den Vater zuläuft, der es so sehr liebt, dass er selbst seinen Kindern nahegekommen ist. Und darum geht es mir. Die Liebe Gottes zu den Menschen können wir letztlich nur verstehen, wenn wir erkennen, dass Gott schon in sich selbst, ganz ohne jede Schöpfung, eine ewige Gemeinschaft der Liebe ist. Das funktioniert nicht, wenn Allah in sich einzig und allein ist. Es geht nur, wenn der eine Gott dreifaltig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine letzte Frage.